So nach der Pause. Ich lass mal bis 20 Euro laufen. Vielleicht kommt noch was aber ich glaube kaum. Aber was weiß ich schon. Ich will noch ein paar Enten abknallen. Komm schon. Müssen wir mal ein paar Enten dran glauben. Sollten ein paar von vorhandenen sein. Komm 2 Sterne. Und jetzt hau mal 3 rein. Sollte. 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 Mal gucken, ob es die Eidechse noch mal bilden lässt. Oh, okay. Hätte man eigentlich auch 10 Linien machen können, wo man 9 Linien wählt, so eine krumme Zahl, bei denen gewinnen, wäre glaube ich auch noch eine 10. Linie dran gewesen. Oh, mach doch. Komm mal rein. Na, hier soll auch gar nichts kommen. Na los, hau mal rein. Super. Nicht eingewirft. Ach, ich mach mal ein Ei auf Os, das hab ich heute noch gar nicht. Na los, hau mal rein. Das macht den Eindruck, als haben die Automaten sich eben veräußert, es kommt nichts mehr. Wahnsinn! Und? Und? Jawoll! Auf 20 Cent! Ein Glück, dass ich die ganze Zeit nicht höher gespielt habe. Das hätte ich mich jetzt geärgert. Auf geht's! Und Verlängerung! Ein Glück, dass ich die ganze Zeit auf 20 Cent gespielt habe. Und das war's. Jetzt kommt wieder nichts mehr, oder? Man kennt das. Oh, da sollte er doch mal einen guten Gewinn raushauen. Aber jetzt kommen erst mal 12 Spiele nichts, damit er wieder die Verlängerung raus hat. Und dann geht's weiter quasi, oder? Ja. Das hab ich gesagt. Ich glaube ab jetzt kommen dann wieder die Ur-Russe. So, ab jetzt, jetzt sind ja die 12 Spiele rum. Ah, das sag ich. Komm weiter. Ich influencers, wenn ich so bin, ich danke dir. Ich denke, ich danke dir. Du bist kein ettig. Und dann geht's, wenn ich es in den richtigen Zeit nicht so gesehen habe. Ich denke, ich bin ich mit dir. Und dann geht's, ich danke dir. Wenn wir Glück haben, kommen wir vielleicht bis zum Auge und kriegen eine Reihe und haben eine Serie zwischen 20 und 30 Euro. Das ist mal meine Prognose. Aber auch nur wenn wir Glück haben. Haben aber kein Glück, wir haben nur 6,40 Euro. Das ist ein Spiel. Das ist so schön. Wenn wir hier ein paar Tage, dann kommen wir mal. Ich habe das auch schon mal. Ich habe das auch schon mal. Das ist das ganze Tag zum Bord. Ich bin ein bisschen dran. Wow. Mach doch nochmal 3 Pyramiden und eine Serie von 6 Euro. Komm. Und? Na gut, bis später. So, ich mach nochmal eine Runde Binärspiel. Ja, 40 Cent klingt ganz gut. Oh Gott, gehen wir dann mal auf 30. Ja, das war doch mal sehr glückend. So, bevor die Kisten mir wieder die Haare vom Kopf runter fressen. Ich hab ein leichtes Plus und ja, ehrlich gesagt reicht das mir vor heute auch. Ihr habt mir wieder ein bisschen was zum sehen gehabt. Und dann gehe ich die Tage mal wieder. Aber vor heute reicht es mir erstmal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Denkt dran zu liken und ja, dann sieht man sich bald wieder. Bis dann.